Hallo Leute, früßereis. Ja, guck mal hier, dicke, ne, schon ein bisschen Schnee, ne. So, komm, dann gehen wir mal zu den Hühnern. Das heißt, das sieht fast so aus, als wenn die schon im Bett wären, ne. Ah, ne, guck mal. Ein Hühner hat nicht so mein Gepäck. Aha, ja, komm, da sind, so, pass auf, hier ist glatt. Hier ist glatt. Bist du sicher, dass genau das Huhn dich gepickt hat? Na? Ja, das da? So, ein Huhn. So, da wollen wir mal hier reingehen, ne. Buh! Komm, na. Komm, komm, geh mal vor. So, da sitzen sie schon, ja. Komm, kannst du das da reinschütten, sonst lass mich das eben machen. Weißt du, wir müssen das ja verteilen ein bisschen. So, da gibt's ein bisschen Futter für die, ne. Ja. Und dann gucken wir mal. Hier. Leer, leer. Ja, hier ist leer. So. Aber hier ist voll. So, ja, dann hol mal die Eier da raus und leg die mal vorsichtig in den Topf. Kannst du das? Ja, ne. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Ja, sauber machen tun wir drin. Das machen wir drinnen. Leg rein, bitte. So. Und die anderen. So. Ja, eins ist ein Gipser, ne. Weißt du ja. Das bleibt drin. Und da? Nichts. Ne, da ist nix. Und da? Da ist auch eins. Da, das weiße. Da? Ja. Ja, das weiße. Das kannst du auch rausholen. So. Stopp. Ne, das ist nix. Das glaube ich. Nein. Das ist nix. Nix. So, jetzt guck ich nochmal da vorne. Ne, auch nichts. Okay, wir haben alles. So. Aber hier, das? Ne. Achso, doch. Hast du recht. Mensch, da war ja noch ein Ei. Gut, dass ich dich dabei hatte jetzt. Hab das nicht gesehen. Nein. Ich hab's nicht gesehen. Theo hat's gesehen. Wieder schön. Sechs Stück. Ne? Sechs Eier. Da. Das ist Hühner. Ah, ah, ah. Ja, so ein bisschen. So, gehst du mal vor? Du bist in die Hühner-A-A-Geräten. Ach, jetzt hör auf. Echt? Ehrlich? Ja. Boah. Und jetzt? Ja, was machen wir denn jetzt? Wenn ich da reingetreten bin, ha? So. Komm. Du machst hier einfach im Schnee sauber. Im Schnee sauber machen. Ja, gut. Okay. Warte. Warte, warte, warte. So, komm. Vorsichtig. Ich pass schon immer auf. Du passt schon immer auf. Okay. Okay. So, weiter. So, weiter. Und jetzt nehmen wir den Topf mit den Eiern, aber vorsichtig. Halt den bisschen schräg. Nicht so die Eier aneinander kloppen. Okay. Und rein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich höre das ganz schön klappern, du. Na komm. Komm her. Ich nehme das mal. Besser ist das, ne? Sonst haben wir Rührei. Und wir wollen ja kein Rührei. Also heute nicht. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Halt mal die Arme richtig hin. Die Arme wieder. Ich lade das auf. Du den weg. Arme hinhalten. Eins, zwei, drei. Pass auf. Pass auf. Boah. Vier. 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 Fünf. Ja. Boah. Komm her. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Boah. 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 So Theo. Du weißt doch. Wie beim letzten Mal. Na ja. Den Eimer stellen wir da hin. Du musst ihn mal schön lang da rein legen. Den kannst du in den hinteren Behälter legen. So. So. Und das hier auch. Warte. Und bleibt da hinten mal an der Seite. Deckung. Ja. Da haben wir uns aber den richtigen ausgesucht. Ja. Dann haben wir den größten ausgesucht. Ach ja. Hat die Oma uns wieder einen hingelegt. Da ist aber auch alles dran. Na. Ja. Ja. Und dann hat die Oma auch irgendwas hier gemacht. Mit dem Hackklotz. Aber dann müssen wir nochmal. So. Ich schalte wieder ein. Und du weißt doch wie es geht. Ne. Ja. Ich spalte die hier. Und du tust sie dir in den Behälter. Lang meinst du. Was sagst du? Opa du meinst lang. Ja ja lang. Lang in den Behälter. Genau. Wow. Drei auf einmal. Na ja. Da kommen auch schon mal mehrere. Wow. Immer lang in den Behälter. So viele. Alle fliegen durch den Raum. Alle fliegen durch den Raum. Ja. So. Ich habe jeden gewogen. Ja. 4,8. Ja gut. Dann haben wir die. Mein Seelen. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Ja wir sind auf dem Weg. Aber jetzt. darfst du uns hier nicht bei der Arbeit stören. Nein. Wir dürfen nicht. Ja so. Denn wie war das doch mal mit den Jungs Theo? Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Ah ja genau. Alles klar. So. Immer schön lang in den Eimer rein. Ja. Lang in den Eimer. Da geht noch was. Ja. Da geht noch was. Das denkt ja laut. Ja ja. Du bist so hungrig wie ein Bär. Du bist so hungrig wie ein Bär. Lecker essen gibt es Männer hier. Du hungriger Bär. Da bin ich aber gespannt hier wie du heute isst. Du hungriger Bär. Jetzt muss er mal ein bisschen Gas geben hier. Zack zack. Nein nein nein. Lang rein. Nicht so. So. Ja hervorragend. Und jetzt die anderen auch? Ja. Ein bisschen schneller wäre er. Komm. Es wird ja gar nicht weniger bei dir. Es wird ja gar nicht weniger. Es wird ja gar nicht weniger. Weil ich muss ja sehen. Wie viel ich noch machen muss. Ob das noch passt. So. Ja. 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 Und ja weiter weiter. Zacki zacki. Zacki zacki. Zacki zacki. Du weißt doch. Nur die guten Arbeiter bekommen gutes Essen. Ne. Ne. Ja aber nicht die. Ne. So. Ja aber. Und weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja. Ja komm. Zack zack. Nimm mal mehr auf einmal. Du kleiner Bagger. Ich bin ein großer Bagger. Ja. Dann zeig mir mal wie groß der ist. Ja. Boah. Sehr gut. Du kannst es doch. Gut. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Ne. Aber ein bisschen schöner noch. Guck mal hier. Da steht der hier ein bisschen über. So. Dann gehen da nämlich mehr ab. Weißt du. Zack zack. So. Ein paar gehen noch. Ne. Ein paar machen wir noch. Ja. Zacki zacki. Auflegen. Zacki zacki. Und. Na. Jetzt haben wir auf. Also mit denen hier sind wir dann fertig. Na. Da sind wir jetzt fertig. Okay. So. 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 Ein bisschen. Und mach's ihm gut. Und mach's ihm gut. Event. わ覆さio. Und footer in the back.